Yo Leute und damit herzlich Willkommen zu einer neuen Folge von Michael Fretzel und wir legen direkt mal los mit der Auflösung vom letzten Reservor in letzter Woche und jetzt habe ich irgendwie gefragt, ja wie kann ich denn hier die Welt nicht laden lassen so ähnlich, ne? Jetzt können wir uns auch nicht mehr, das ist alles eine Woche her und ich gucke natürlich die Videos noch nicht nochmal an deswegen geht nur aus Aufgefühl, was ich wohl gesagt haben könnte jedenfalls, was für die Auflösung jetzt gewesen ich wissen, dass ich die Welt nicht laden lassen kann ich zeige euch das folgendermaßen mit einem Buch das ist mit einem Book of Quill so und wenn ich jetzt zum Beispiel F3 und A drücke dann nehmen wir halt, ja ok, ein bisschen doof jetzt, weil die Welt nicht schon geladen ist ich kann ein bisschen so machen aber so könnte man die Welt nicht laden lassen wenn da zum Beispiel so eine Welt aufgebaut wird, ne? wenn da zum Beispiel nur bis hier oder so geht dann nimmt ein Buch öffnet, dann wird es nicht weiter geladen und das Buch hat absoluten Vorrang, ja? und wir können die Welt nicht laden lassen dieser Wort war besser, das ist ein bisschen schwierig aber ihr könnt mal bei eurer normalen Welt mal austesten das auf jeden Fall das Jogs ja nicht schnell genug laden und das kann auf jeden Fall dann mit dem Buch halt auch stoppen, so halt, ne? und das wäre auf jeden Fall die Auflösung vom letzten Rätsel dass wir einfach so ein Buch öffnen dann kommen wir heute mal zum zu Fischen und zwar Fisch und zwar und zwar und zwar und Puffer Fisch Puffer Fisch was eigentlich Spawn und Tropical Fisch? ne schade äh Tropical Fisch Spawn Egg scheiße, es ist dunkel, ey oh je ja, es ist nur noch im Regnen, die wir es auch nicht, ey ich weiß auch nicht, was die da gemacht haben Mojang diesen Beta-Aids richtig dumm auf jeden Fall kommen wir zu jetzt, äh, zu Fischen und zwar zu diesen Dingern hier und ähm ich bin ein Angler ja ich mag Fisch und ich möchte mehr Fischer also ich stelle mich hin zum Angeln und komme mit mehr Fischen raus ja als normal ja also ich möchte mehr Fische angeln als eigentlich sonst normal ist steht ihr schon dann troppend Bomben lol also meine Frage ist es Frage ist jetzt wie kann ich mehr Fische angeln als normal weil ich möchte mehr Fische haben weil ich die so mag weil früge Fische soll ich nicht geil schmecken so ne aber jetzt ist die Frage wie komme ich mit einem mehr Fische ran einfach so ja hab ich mein Karton gestoßen scheiße bis ganze Zeit hier so und her scheiße egal äh ja schreibt mal in die Kommentare wenn ihr es wisst nächste Woche wird es aufgelöst und nämlich dankbar es ist gewesen wenn es euch gefallen dann ist meine Post die haben klar abonni vergessen und tschüss die 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 die